Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Schmerzen in den Gelenken können ein Thema für den Chirurgen sein, aber meistens braucht es den überhaupt nicht. Gerade wenn es um Verschleißerscheinungen geht, kann ein Ergotherapeut helfen. Das ist jetzt unser Thema. Die Ergotherapie des Asklepios ambulanten Therapiezentrums Heidberg hat sich vor allem auf Probleme der Hände spezialisiert. Und bei mir ist Mandy Linsenbart. Sie ist die Therapieleiterin dieses ambulanten Therapiezentrums. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Linsenbart. Sie selber sind Ergotherapeutin. Was macht man da an Ihrem Beruf? Wir als Ergotherapeuten beschäftigen uns mit Patienten, die an physischen, psychischen Erkrankungen erkrankt sind, die beeinträchtigt sind im Alltag, in ihrer Selbstständigkeit, in ihrer Handlungsfähigkeit. Unser größtes Ziel ist es eben, die Selbstständigkeit wieder zu bekommen oder eben auch zu erhalten. Ja, aber da geht es gar nicht nur um Gelenke, oder? Nein, wir sind in so vielen Schwerpunkten vertreten. Also wir können Kinder behandeln, wir können Erwachsene behandeln, sei es die Neurologie, die Orthopädie. Ganz viel wird es auch in der Psychiatrie angewendet. Und wir aber in unserem Zentrum, wir in der Ergotherapie, haben uns auf die Hände spezialisiert. Ja, genau. Wir hatten uns ein Beispiel gesucht, nämlich die Daumensattelgelenksarthrose. Das mögen Sie uns gerade mal erklären, das ist ja sehr häufig, darunter leiden sehr viele. Worum es sich dabei eigentlich dreht? Bei der Daumensattelgelenksarthrose geht es darum, dass, also die Arthrose selber findet ein Abbau von Knorpel statt. Gelenkflächen reiben mehr aufeinander. Dies kann natürlich dazu führen, dass Schmerzen auftreten. Gerade beim Daumensattelgelenk, das ist ein Gelenk, was wir wirklich täglich brauchen. Sei es, wir greifen irgendwas, wir machen Drehbewegungen. Immer wieder im Alltag wird unser Daumen einfach genutzt. Und durch diese ständigen Belastungen, häufig aber auch Fehlbelastungen, Überlastungen, kommt es eben wirklich dazu, dass Schmerzen im Daumen auftreten können, die dann eben meistens als Daumensattelgelenksarthrose oder Riesarthrose diagnostiziert werden. Aha, das heißt also, der Knorpel, also der Puffer sozusagen zwischen den Knochen verschwindet und dann irgendwie reiben die Knochen aufeinander wahrscheinlich, nicht? Genau, also dieser Knorpel baut sich immer mehr ab und dann haben wir eben zwei Gelenkflächen und die reiben dann irgendwann aufeinander. Das kann wiederum zu Entzündungen führen. Und eben ist eine Dysbalance eben auch da, dass eben auch von Muskeln arbeiten nicht so, Sehnen, Bänder sind mitgereizt. Also es ist sehr komplex am Daumen. Ja, ja, genau. Dann können da auch noch so Knochen, Dorne entstehen, glaube ich, so Osteophyten immer die, dass es auch gerade noch so knirscht. Ja, und es kann richtig zu Verknöcherungen auch kommen. Das ist natürlich ausgerechnet der Daumen, ist das nicht der meistbenutzte Finger, glaube ich, sogar von der Hand. Ja, bei jeder Haltefunktion, Greiffunktion, egal was man im Alltag macht, der Daumen ist immer dabei. Ja, wenn Sie das jetzt so schildern, Knorpel weg, Knochen aufeinander, Gelenkspalt zu eng, würde ich sagen, da brauche ich doch einen Arzt. Der erste Weg von Patienten ist immer der Weg zum Arzt. Häufig wird überlegt, was kann man machen und für uns natürlich im besten Fall, dass sie zuerst zur Ergotherapie kommen, um andere Sachen wie Medikamente, OPs, Kortisonspritzen zu vermeiden. Ja, warum nicht so eine ordentliche Kortisonspritze? Ja, weil erstens die Ursache nicht behoben wird, also weil bei der Arthrose, gerade bei der Ritzarthrose geht es häufig darum, dass wir wirklich eine Überlastung haben oder auch Fehlhaltungen im Alltag. Und die Kortisonspritze hilft kurzzeitig, das heißt, die Schmerzen werden mal erst gelindert, aber die Ursache ist immer noch nicht behoben. Und für uns in der Ergotherapie, wir schauen eben genau, warum ist das? Warum kommt es zu dieser Fehlhaltung? Wo ist die Überlastung? Was macht der Patient im Alltag? Wo tauchen immer die Schmerzen auf? Und das versuchen wir halt viel besser herauszufiltern, woran liegt es? Und dann auch zu gucken, okay, die und die Bewegung, die Übung können Sie zu Hause machen, um denen auch entgegenzuwirken. Ja, ich glaube, also Sie sagten ja vorhin auch, Sie behandeln auch ganz andere Krankheiten und da haben Sie ja zu tun auch mit Kapal-Tunnel-Syndromen zum Beispiel oder Dupitrin ist ja auch so ein Thema von den Beugeseen der Finger. Das Problem ist, glaube ich, dass die Kraft nachher aus anderen Teilen des Armes geholt wird und ich glaube, dadurch entstehen überhaupt erst die Probleme. Stimmt das? Ja, das ist sehr viel. Also auch wenn wir jetzt Patienten behandeln und gerade an den Fingern, dann schauen wir immer auch auf den Unterarm. Viele Patienten, wenn sie einfach nur was zusammendrücken zum Beispiel, dann sieht man mit einmal, sie spannen den ganzen Arm bis hoch zur Schulter an, weil sie gar keine Kraft mehr in den Fingern haben oder haben es einfach verlernt aufgrund von Schmerzen, die Finger gezielt einzusetzen und holen sich die Kraft woanders her. Also häufig berichten Patienten, die auch mit Arthrose zu tun haben, dass auch die Schulter weh tut, dass sie immer Verspannungen im Nacken haben. Also da gibt es sehr viele Sachen, die mit beachtet werden müssen und das ist halt unsere Aufgabe, das speziell herauszufiltern. Und dann? Dann machen wir spezielle Bewegungsübungen oder auch Kräftigungsübungen, wo man eben genau dem Patienten beibringt, okay, wenn sie zum Beispiel Daumen und Zeigefinger zusammendrücken, lassen sie den Unterarm locker. Und der Mensch braucht unwahrscheinlich viele Wiederholungen, ehe es nachher auch wieder automatisiert ist. Unsere Patienten sind meistens sehr überrascht davon, dass sie es überhaupt so machen, ihnen ist es nicht bewusst. Und dieses wirklich ganz feine, einfach nur was zwischen Daumen und Zeigefinger zusammenzudrücken, ohne den Unterarm extrem mit anzuspannen, ist für die meisten Patienten sehr schwer. Ja, das erfordert Konzentration und Wiederholung. Ganz viel Konzentration, ganz viel Aufmerksamkeit, Wahrnehmung für den Körper, um das überhaupt in dem Maß erstmal wieder zu trainieren, weil wir wissen ja nicht, wie lange sie es schon anders machen. Können Sie da, also ich kann mir vorstellen, dann bin ich am Anfang bei Ihnen, Sie zeigen mir die Übung, wie ich das zusammendrücke, ohne die Kraft aus dem Arm herauszuholen. Können Sie mir dabei helfen zu erkennen, wo ich die Kraft habe? Also legen Sie mir die Hand dabei auf meine Hand? Meistens machen wir es einfach über Augenkontrolle. Also das heißt, wenn ich den Unterarm nehme und zusammendrücke, dann merke ich ja, was passiert hier im Arm. Und das ist das Beste. Also wenn der Patient selber erstmal erkennt, oh, das ist ja so, erst dann habe ich überhaupt den Effekt, dass sich was verändern wird. Letztlich bleibt aber ja trotzdem die Arthrose erhalten. Die Arthrose bleibt erhalten. An der können wir als Therapeuten auch nichts verändern. Wir können aber Muskelspannung reduzieren. Wir können schauen, welcher Muskel arbeitet vielleicht zu wenig. Der muss wiederum mehr gekräftigt werden, um das Gelenk einfach stabil zu halten. Weil für das Daumensattelgelenk sind halt genauso entscheidend die ganzen Bänder, Sehnen, Muskeln, alles, was sich ums Gelenk, was am Gelenk anliegt. Ja, also das heißt, also bestimmte Teile ruhig halten, um andere Teile wieder zu aktivieren. Genau. Zum Beispiel in der Hand. Das wäre ja so ein Grundprinzip. Dazu haben Sie etwas mitgebracht, das da, glaube ich, sehr hilfreich sein kann, oder? Genau. Also wir bei uns in der Praxis haben angefangen, uns auf Schienen zu spezialisieren. Das heißt, wir bauen bei uns in der Praxis selber Handschienen. Und gerade das ist halt eine Schiene, die man speziell bei Ritzarthrose einsetzt. Uns ist es wichtig, dass der Patient seinen Daumen im Alltag weiter nutzt. Wenn er ihn nicht mehr benutzt, bilden sich die Muskeln zurück. Das Gelenk ist nicht mehr stabil und führt dazu, dass nachher vielleicht noch mehr Schmerzen auftauchen. Deswegen ist der Anreiz, dass wir halt eine Schiene, ich zeige es einmal vor. Sehr gerne, ja. Dass wir eine Schiene bauen, die wirklich genau auf die Hand des Patienten maßgeschneidert ist. Die kann der Patient sich anlegen. Kann so, ist im Handgelenk komplett frei beweglich. Kann aber trotzdem zu allen Fingern zugreifen und kann damit im Alltag alles Mögliche trotzdem machen. Das Gelenk selber wird aber in einer bestimmten Position ruhig gehalten. Ja. Und wo kommt denn jetzt die Kraft her? Also wenn Sie die jetzt anhaben, die Schiene, und ich würde meinetwegen ein Schraubglas aufmachen wollen. Denn normalerweise spanne ich dabei ja dieses Gelenk hier an. Aber das tue ich dir ja da jetzt nicht mehr, oder? Anspannen kann ich es trotzdem. Ah, okay. Aber es passiert nicht, dass ich, wenn ich zum Beispiel zu wenig Muskulatur habe, dass ich bei Schraubbewegungen, Drehbewegungen irgendeine Verrenkung habe. Oder dass ich es im Gelenk verdreite. Sondern das Gelenk wird stabil gehalten und ich kann trotzdem alle Tätigkeiten im Alltag machen. Ja. Sie sagten ja nun, man soll die Schiene häufiger tragen, aber nicht immer, oder? Genau. Es ist wichtig, dass wir einfach einen guten Mittelweg finden. Die Schiene immer nur zu tragen würde trotzdem dazu führen, dass die Muskeln nicht so arbeiten, wie sie sollten. Es ist immer besser, einen guten Mittelweg zu finden, die Schiene dann zu nutzen, wenn ich merke, okay, bei den und den Tätigkeiten brauche ich sie oder ich habe vermehrt Schmerzen, dass ich sie mal zur Ruhigstellung nutze, dann ist es gut, aber trotzdem auch versuchen, im Alltag ohne zu sein. Es gibt Patienten, die tragen die Schiene nachts, weil sie oft das Problem haben, wenn sie nachts sich bewegen, dass dann der Daumen vielleicht verdreht ist oder so. Das muss jeder für sich feststellen und wir schauen einfach, oder wir besprechen das auch ganz individuell mit dem Patienten. Es ist auch wichtig, bei einer Schiene nicht anziehen und gleich den ganzen Tag tragen, sondern erst mal zehn Minuten auszuprobieren, wie ist das, wie fühlt es sich an, stört auch noch irgendwas, wenn Druckstellen sind, dass wir das auch immer sofort bearbeiten können. Ja, weil auch so ein Daumenschwillt über den Tag mal ein bisschen mehr an oder weniger. Ja genau, vor allem im Laufe des Tages auch. Die sieht ja wirklich maßgeschneidert aus. Wie machen Sie das mit dem Patienten? Also, denn das ist ja, das muss ja geformt werden um die Hand rum. Das ist im Endeffekt ein thermoplastisches Material, der Patient kommt zu uns, wir fertigen kleines Muster an, das Material kommt einmal in ein warmes Wasserbad, wird dadurch weich, Patient hält die Hand in einer bestimmten Position, so wie es für ihn auch angenehm ist, dann modellieren wir die Form dieses Material an, braucht zwei Minuten, dann ist es trocken und die Schiene ist fertig. Und er nimmt sie mit? Und er nimmt sie sofort mit nach Hause. Also für diese Schiene ist im Endeffekt nicht mehr als eine halbe Stunde erforderlich. Das Schöne, wir müssen dann natürlich nochmal gucken, gibt es Druckstellen, das nochmal nacharbeiten, mit dem Klettband schauen, wie braucht der Patient das. Ich habe jetzt einen Patienten, der muss einen Handschuh anziehen, da haben wir es so gut maßgeschneidert hinbekommen, dass er einfach das Klettband weglassen kann, kann aber in einen Handschuh rein. Ja genau. Und das ist halt vielleicht auch der Vorteil gegenüber anderen Schienen, dass es halt wirklich, es ist sehr dünnes Material, es liegt direkt an und man kann eben sehr viel machen. Fast schon elegant. Genau. Sie sagten eben, man braucht eine Handhaltung, die einem angenehm ist. Ich könnte mir vorstellen, dass viele sagen, ich weiß gar nicht, welche das denn sein soll, das tut immer weh. Kann man da mit Ihnen vorab noch einmal so eine kleine Diagnose machen, wo das Problem am schlimmsten ist? Ja, also wenn die Patienten zu uns kommen, dann schauen wir immer, wie sind die Gelenkflächen. Durch manualtherapeutische Techniken können wir gucken, liegt es wirklich am Gelenk oder ist wirklich der Muskel eher das Problem. Und demnach können wir das ganz speziell mit den Patienten auch erarbeiten. Also dafür nehmen wir uns auch immer sehr viel Zeit. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank auch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.